Ich begrüße euch mit meinem Künstlernamen, der Klaus vor 100. Und ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie das Komponieren funktioniert. Das Klavier zeigt euch das. Und zwar sind diese Töne des Alphabets vertonbar. Und jetzt kann man zum Beispiel der Klaus vor 100, wenn man den vertonen will. D, E, A, Klaus. Das reicht völlig aus. Jeder Anfang ist das Wichtigste einer Melodie. Zum Beispiel. Oder was auch. Das war im Swing. Aber man kann auch zum Beispiel eine Slow-Nummer machen. Eine andere Tonart. Und das genügt vielleicht für euch als Anregung, dass ihr sie dann auch schön singt. Und das ist der Wettbewerb. Das Lied, das Europa-Lied, was ich beim ersten Tag eurer Berliner Camp-Veranstaltung, am ersten Tag, am 20. September, habe ich euch den Film vorgespielt und ihr habt so begeistert das gesungen. Vielleicht wird das von euch gesungen, die Oper, die Europa-Himmle. Nein, aber das ist dabei. Vielen Dank. Vielen Dank.